hallo und herzlich willkommen zu gta online ja wir sind schon mitten in der mission weil das ging schneller als gedacht mit der dass die mission gestartet hat ja heute sind wir zu dritt der mission sind wir zu viert aber er sicher und sie sind auch dabei so wollen wir machen müssen wir als wagens verkleidet abknallen und sie müssen das umgekehrte machen diese das belles kleidet und müssen ein paar magos abknallen damit wir ja drinnen hier rüber bei mir alle ich habe mich schon mal bereit ja wir sind schon weg aber wir sind jetzt recht da da mag quatschen mit zu viel ja die sollte gar nichts dazu hat er doch kurz vorbeifahren kurz abkuchen was ist ab ach die hat er mit gestanden das wollte ich gerade sagen die sind mitläufer ne na die werden mit abgeballert alles auf dem 5m radio stehen so die haben wir auch weg die wollen mit fahrrad abhauen nein die haben fahrrad na aber hallo was geht denn ich habe Taschengeld kein Zingeling im Schnee in dein Kopf in dein Kopf du kannst 你 und wie läuft es bei euch sehr gut da haben wir auch mit trinken ah redt gut jup oh oh Oh, Melo! Dass ich immer noch nicht rausgefunden hab, wie man diesen Chat hier ausmachen kann, ne? Kann ich da auch grad nicht sagen. Hast du mal bei Einstellungen geguckt? Ich hab überall schon geguckt. Ich mein, das ist aber irgendwie dran gewöhnt, aber haben wir zu... Triggert nämlich halt doch noch ein bisschen. Boah, ich mach dir den gar nicht. Irgendwie. Weiß, ich weiß gar nicht, was mein Chat. Der da rechts ist. Rechts? Ja, rechts. Das brauchen wir nix. So, wir müssen auf euch warten. Ja, wir sind davon da. Da sind noch welche. Wir müssen hier weg. Hey! Wo war eure Tür, oder? Ja komm! Wir brauchen keine. Wir haben Klima an. Ja, ja, lass mich mal hier so. Lass mich mal ein bisschen fahren. Lo tendsり, definitiv... Blo Raider. From the car accidently. Ja nun, gönn uns den Spaß. Uh god oh god oh god, was da los? vergesst nicht nicht sterben ich habe gerade noch gesagt okay ich sag nichts die haben wir das jetzt versaut ja toll bis zum fehlgeschlagen sehr wird die ist gestorben toll toll gemacht alle nicht so oft gestorben aber wir können hier vorne weitermachen hier haben wir die mission ja sehr gut schreibe die jahre abgebrochen ja morgen was haben die ganzen toten köpfe der auf sich das konkurrenzkampf wir können ja mal gucken jetzt auch mal eine andere mission statt vielleicht kann man da zu dritt anfangen hauptsache ich rufe und charlie fände an zu bellen ja ja von mir ist andere der abgebrochen hat ja kommen wir der lippenstift aus sexist hey hol der denn kleiner der taschengeld meins haua meine türe hey hey oh sorry ja nun das abhauen hier ja ey komm da hinten tue wieder hallo so ich muss in eine andere Richtung oh modi is it das war da oh oh ich glaube der pack euch nicht ich hab mir der sache gar nichts zu tun ich war es nicht wer seid ihr ich weiß gar nicht was passiert ist ich hab mir eben vor mir geknallt und ich hab nur gesehen er sieht aus dem auto gefallen oder so ich weiß nicht ja er war schon krank der lippenstift war schlecht er wollte bestimmt von rika und im grund beatmung haben deswegen sei wir auslaut ich soll jetzt dafür dass die leute schwächeln wenn sie nicht sehen fertig darauf oder naja guck mal hier wo sind steve hier sind ich probier's auf ok äh äh ricky äh hinter uns was ist denn das ja ja ein Fahrzeug der uns glaube ich nicht mag ja sehr schön mohoi kluchy bisher habe ich doch gesagt ich konnte das was willst du auch einer hu 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 einladung ist raus ja ich muss erstmal respawn hey der hat mein Fahrzeug zerstört da kommt er schon wieder und tschüss ich bin nochmal weg geflogen welcher kommst du ran ja mischen weil spieler steht 1 bis 4 also eigentlich müsste tritt machen und daher dann doch mal hoffen ne doch ich denk mal und auf normal auf schwer normal ne ja 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 Yo, yo Er hat dir noch geschrieben, go man, now be careful, please Ich wollte gerade sagen, dass er dann nur ein Zwei-Sitter hier geht. Wer läuft einfach über die Straße, ohne da links und rechts zu gucken. Noch ein Zwei-Sitter. Warte, 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 holen wir was anderes. Ne, 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 komm. Doch hier haben wir fahren. Boah, Alter, no way. Wurde er schon wieder in den Haufen gefahren. Ich will nicht fahren. Ja, denn komm weg da. Ich nehm die Kiste hier. Einsteig ein, jetzt hier. Ähm, warte mal. Was war das eben? Komm her, du. Was? Sackt. Hey, pass auf. Oh, ich war doch. Komm mal rum, ne? Jo, warte. Geht das? Nö, schade. Oh, das Auto. Da hab ich die Scheibe kaputt gemacht. Da hinten nie kommt ich spinnen. Stinke Finger. Stinke Finger. Oh, bin ich mal gefahren. Ja, weil ihr mit dem Finger raushaltet da das gleich Gewicht für Lagerung gehen. Nee. Manö. Der gleich zur Seite ist. Sonntagswahrer. Wir sind Einzige mit dem Führerschein und Martin überschlagen. Oh, die armen schwarzen Schilder. Was haben die dir getan? Die Karre fährt auch ein bisschen. Ja, jetzt ist die Karre schuld. Komisch, sag ich jetzt mal, ne? Gerade auch nicht so zackig, mein Junge. Mir wird auch schon leicht, wie ich guckere. Wer nicht guckt, äh, ne? Sagt der, der gerade über die Straße gelaufen ist, ne? Oh, was für hier? Ich glaub, die Polizisten werden schießen. Ich kann doch rumhauen, einfach. Komm, geh ein. Hey, get the hell out of here! Halt dich dafür! Da ist... Da steht noch eine! Oh Gott! es gibt wieder ein oder ich muss sagen wir testen auch dass wir den aufstärker da passt wir fahren schon ein bisschen rum bis ihr da fertig seid wenn ich dir die fahrzeuge da sehe ich mich er nicht in die fahrzeuge komisches oder sein fernst das kann er das ist er sich einfach nur problem auto müde auto schlafen ich bräuchte hilfe ich habe mich festgefahren nein ich bin die polizei ich bin die schlafen ich bin die schlafen ich bin die schlafen Ich hab's gesehen, weil ich krieg das hier... verleiden, eh? Kado? Hä? Bist du das hier bei mir? Ich weiß nicht. Ich bin hier bei Penny. Bei Lamar. Wie geht's aus bei dir? Alter, auch okay. Und? Wieder raus? Ich hab's gehört vor Platz, komm. Äh, das kleine Auto ist hier drinnen, glaube ich. Komm in da rein. Ey, klopft doch jetzt mal vor der Klingel. Wie, aufpassen. Nicht nur, was hier... runterfällt. Oh, sag mal! Ich krieg los. Hä? Ich bin da mal zufrieden. Es ist vorbei! Ich bin da weg! Ich war mal zufrieden. Wie ist es? Puh! habe aber die karre rausgefahren wie geil dass ich auch immer noch die zwei sterne habe auch noch so gestorben aber trotzdem nicht weg wo ich habe lange schon rein in die karotze ein team mehr also nicht mehr sterben jetzt hier da ist ja nur noch ein auto ich habe meine zerstört das eine ist aber die da oben weg oder auch 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 Ist das so gut? Komm her du! Bleib stehen! Ich krieg dich! Ja! Er ist nicht! Boah! Hast du noch mehr Fahrzeuge? Ups! Es ist da gerade besser die Gäden. Ich! Boot! Oh, okay. Ich hätte, du hast da jemand hinter dir. Nee, das hätte ich nicht. Oh Burning Man. Das klappt auch nicht mehr. Ah, du bekommst! Komm mal! Ooooooh! Gorn, 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 gorn! Ah, da wurde auch ganz schön. Ich bin gleich mal hier. Komm mal! Ja! Toilet! Wieder her! Hol mir nutz! Wir haben die eine! Fricht das? Ich nicht, kein Problem. Haben wir dich? Was? Ich hole mir! Du, da! Der schnell! Das sind flippend! Nee, ich fahre nach links weg. Nee, ich fahre nach rechts weg. Natürlich wird er nach links weg. Ich fahre nach links gefahren. So fahre ich rechts weg. Um vielleicht den Weg abzuschneiden. Nein, der ist aber auch flink, ne? Hier ist... Ah, warte! Aber ist auch kaputt, oder was? Komm her, du! Hast dein Knöllchen nicht bezahlt! Die Karte hält ein bisschen mehr aus als die anderen. Fällt aus dem Weg hoch! Das war abgehuft! Aua! Hey! Mann! Oh! Oh, jetzt häng ich die Beste! Ja, du hast die Höchstgeschwindigkeit überschritten! Deswegen... Du musst dich nicht auf Pause machen! Hallo! Ach, das ist auch ein Ding hier! Ich finde ihn schon toll! Nein! Geil sehr! Hallo! Hey, du! Ja, du! Gib mal weg da! Wuhu! Oh, jetzt stehen die hier wieder im Weg, du! Hey! Nicht schießen! Oh, Mann! Ist die Straße eng! Ja! Wenn du mit Auto fährst, überschlägst du dich fast! Geh irgendwie, okay, okay, okay! Oh, das hat auch gut gemacht! Verendet! Wuhu! Wo ist die Karre? Oh, über zwei Tag schon! Guck mal auf. Oh, meinst du mir da? Ich schon, wenn du mögen wie das bei dir saugt! Kriegt er seinen Aufentiment gefüllt? Ähm! Komm da nicht rein! Auf! Hilfe! Welche, inge Gasse hier, ne? Jetzt kriegt er! jetzt nicht gleich lang noch mehr lang gemacht er helfen wir den anderen wenn er das nicht hinweg jetzt wieder wieder übermütig weißt du und der ganz große töhne Habt ihr gesehen? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wow! Aktionen steht er, ne? Ja, aber du kommst da nicht rein. Ja, bei der Garage, da ist... Ja, da passt du auf jeden Fall nicht rein, weil es flackig ist. Ja. Oh Gott! Gib mir Deckung und hol die Karre raus. Gib mir Deckung bitte. Hol die Karre. Warte mal, für Deckung hab ich noch was. Ach, schade. Soll nicht so gut. Schlag raus, Schlag raus, Schlag raus, Schlag raus! Ja, ich will jetzt mal zu meinem Auto wieder, bevor ich abgeschneitze. Dann... ...durch hier. Und weg, und weg, und weg. Ja. Oh fuck! Ja, das war ich nicht, deswegen weg. War ein bisschen voll da, ne? Ach so, wir müssen es wegkriegen. Oh... Hat er gerade gesagt, please come back, Alter? Ja, nicht, dass wir den anderen auch noch abholen müssen. Nee. Ja... Von... Ich fisse an das aber. Oh! Das weiß ich nicht. Na egal, ich muss noch rum. Weil ich es gebacken kriege, Alter. Hallo! Hallo! Hallo, ich hör zu! Hallo, ich hör zu! Ja, die fahren sie auch packen, ne? Ja. Muss ich immer so sagen. Aber wenigstens kannst du nicht hierbei stehen, wenn du was kündigst. Ja. Ja. Ja, aber die Oldbrieferslieks! Ja, moin! Hey! Fogliacchi! Oh! Hallo! Hehehe! Mann, Mann, Mann! Ich meine, wer aus seinen Mates kann man sich hier verlassen! Ja, man! Ja! 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 Was ist das? Ja! Ja! Krats! Jetzt solltest aber gerannt, Alter! Wir sind jetzt nur bei 26 Minuten. Uh! Boah, hier schlägen sie auch schon, ey! Der ist ja noch genau rein, Alter! Ja, ich will eigentlich rum mehr fahren, aber... Guck mal, der hat gar keinen Kopf rein, ne? Das ist ja nicht, ja! Jetzt muss man die auch noch abschuldigen! Oder da! Woh! Kann der machen! Woh! Woh! Guck mal, hier hinten der steck! ich komme ich nicht vorbeikommen eine fährt hier rum ja ja drei stück sind hier für meine stände los meine müssen auch gleich bringt schon ich hab mich nicht gesehen perfekt aufgekommen Oh no, wo wirst du denn reinpacken? Hier war die Markierung. Der fehlt noch mit Karrie. Ja. Och ne. Dann lass den hier vorne, hier steht erstmal ein schnelles und dann kann man schnell mal hin. Jo. Äh, ihr wisst aber schon, dass das Diebstahl ist, ja? Was? Nein, wir machen hier sowas nicht. GTA? Den hab ich vorhin hier hingestellt schon. Ja. Nur, ich hab die Schlüssel. Na, dein Auto liegen lassen, weißt? Hm. Und der Druck hat er. Das ist deswegen. Ja, du bist ein bisschen schusslich, aber hey, was soll's? Ja. Na, den hab ich nix gesagt. Du, äh, ich bin schon mit dem Phönix getaunt, weißt du? Hm, hm. Besser als wenn, äh, GTA bitte, Autodiebstahl möglich wäre. Ähm. Oh. 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 Da hätt ich den Pfeiler gar nicht mitgenommen, ne? Ich bin schon mit dem Autoradion rum. Gar nicht. Stinkgefinger. Stinkgefinger. Pass auf! Sind. Und. Dann schießt sie eine! Agbolo oder was? Oh, anemar! Wo ist ein Bärchen jetzt eigentlich? Hau zu! Ja, hu. ich hätte warum ich aber wollte weil du dich fahren kannst du schon wieder geschossen oder so ich habe nur stehen wir verstehen das macht man auch nur klar das scheiß egal Wenn du Stinkelfinger hast, hast du zwei Sterne, weißt du, ne? Wer hat einen Autoklaut? Nein, ich meine nur, Autoklaut ist ein Stern. Ja, du kannst doch hier gar keinen Autoklaut. Guck mal, steht der nicht schön da? Fährst du? Achso, ja. So, bestimmt ein Zweisitzer. Hey, jetzt sind die Sterne weg? Ja, so gut. Ja, schön Kratz-Einlag gemacht, Alter. Nee, nee. Hab ich gesehen. Nur poliert. Achso. Ey, mach mir nicht, meine Karte ist kaputt, da jetzt. Nein, ich hab das Auto nur poliert. Achso, das Heck, so, komm mal rauf. Ich weiß gar nicht, war der Motor hinten? Bei dem? Hab ich ja nicht drauf gehabt. Warte. Ne, ich auch nicht. Ich kann's nicht sagen, ich seh nur vorne und links gerade. Über den halben Bildschirm. Ich bin gespannt. Gibi. Zack. Ja, aber das lohnt sich auch von Geld, ne? Also, sonst hier, ne? Natürlich, das ist ne hochrangige Mission. Ja, ich hoffe. Das kann nicht jeder. Also, T-Level will ich gleich höher kommen, ne? Minimum. Ja. 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 Hm. Da bin ich nicht großartig. Du bist ja ohnehin viel geschlagen. Ja. Du bist ja ohnehin viel geschlagen. Ja. Du bist ja ohnehin viel geschlagen. Ja. Du bist ja kein ohnehin, Juni. Ja. Dann hat der Folgentitel auf jeden Fall festgestanden. Ich war ein gemeißes gewesen. Ich war ein gemeißes gewesen. Ich war ein gemeißes gewesen. Aber dann wärs doch übrigens mein Absicht gewesen, ne? Ja, ja. So. Vorsicht. Jetzt packt er da. Ja, Ricardos Moppet steht hier auch falsch, da? Ja. Ich glaub auch. Deswegen blinkt der ja auch noch. Oder mehr gesagt, zeigt die Karre auch noch an. Wo soll der denn hin? Ja, daneben. da wo du eigentlich schon stand gesagt dass du da stehen bleiben soll das ist eine lüge 46.000 hast du das viel juli level aufbekommen weil mal gestorben gott raus alles auf video alles auf video bärchen das kannst du auch schneiden das erstmal den freien modus oder was können welche nicht zurückführung machen na gut dann vielen dank fürs zuschauen und bis zur nächsten folge